Und jetzt war's gut unter! Und jetzt kommen wir mal wieder mit der Kamp. Und auf den 68-jährigen E-Legs. Und schon für den 68-jährigen E-Legs. Und schon für den 68-jährigen E-Legs. Und jetzt auch mal die E-Legs an der Hauptsache nicht mal gleich. Aber ich gucke mal, der fährt eine 8-Nein! Mein Kollege. Und jetzt haben wir noch die Sitzung. Und jetzt haben wir noch etwas ställer an der Antrieb. Und jetzt haben wir noch etwas lediglich um die Pärswürde angebracht. Und jetzt werden wir haben, über die Antrieb in der Antrieb-Rollung gewonnen. Und jetzt werden wir die Gepfußbissen diese Wärtswürde gesinnt. Und jetzt werden wir auch noch etwas schneller an der Antrieb. Das ist ein sehr schönes Wetter. Das ist ein sehr schönes Wetter. Wir wissen, dass wir gerade ein Wetter machen können. Das ist ein Wetter. Und im Gegensatz zu der Pro-GP-Weltung, bei dem ich noch kann, auch da gibt es noch ein, zwei Rechte. Und die Saison, auch der Fall Leersuch ist ein ganz so lieber der Gegner, obwohl er noch besser aufladen kann, kann er damit konstant Zeit fahren. Im Fahrerlager einfach alles testen kann. Wir müssen jetzt den Fahrtlosen erstmal kreent an der Abdel, ab fünftiges Jendex-Abdel. Ein Hundertstelsekunde zugeschneidert an den Frechster, das wird richtig schön. Und wer raus in der ersten Runde ist, dort außer. Und wer raus in der ersten Runde ist, da ist die Runde, die die Hoffnung mit Erich angenommen ist. Überfauen Sie sich die Strecke, das ist ungewöhnlich. Bei Ihrem Storten der Qualifikation hören Sie dieses Problem nicht. Drei 30-Fahrzeiten heißt er. Was machen die denn? War mit sehr glatt, kann er ja kurzzeiten los, aber haben die Gelegenheit. Eine schöne Wende, der hier von Stammfahrt. Man muss diggerieren, Schlusszeit für Thomas Hart, der in der ersten Runde ist geplant. Aber jetzt muss ich mir wieder in Schlusszeit für Thomas Hart, der zum shake, dann muss ich mich nehmen. Und jetzt muss ich wie scotten. Und jetzt noch die Gäste, um die Schwertation zu machen. Aber jetzt muss ich, wie ich es nicht machen kann. Und jetzt muss ich, bei Ihrem Stammfahrt nicht mehr, wie ich dort hinbekomme, dort kann ich auch zwei办 Englisch. Das war's für seinen Besuch aus Willi Green, der muss vom Gas geben. ... und die Freude. 98 fahren, der Topf aus Erleensee, einer der Geburtstädte des deutschen Sex der Sports. ... und 30,000 Euro, ... und 50,000 Euro fahren. So wie es früher war, gibt es auch hübsche Backup Girls. Und da stimmen sogar die Klamotten von damals, die Lackstiefel, das Mini-Gleibchen und die Ballonwitze. Acht ist das stark, da stimmt nicht so das Outfit, sondern die Lackwitze. So viel Lackwitze dauert. Ein spektakulärer Lauf, er würde 7.71 fahren auf Estad. Zehntel Vollpunkt. Der VW Corrado ist nicht ganz einfach zu fahren, aber Frank hat sich in den letzten Jahren dran gewöhnt. Er ist in der Lage, diese 8.75 zu bringen. Das erste, was wir bei den E-Boltwings gesehen haben. Eine tausende Reaktionszeit für Frank Bamba. Vielen Dank.